das nachfolgende video stellt keine aufforderung zum kauf oder verkauf einer aktie oder eines finanzproduktes dar es handelt sich um keine anlagen empfehlung sondern lediglich um eine information abonniert den kanal leute die glocke hinterher dann verpasst ihr hier nichts von aktien und crypto news hallo und herzlich willkommen zu aktien news ja momentan hier unwetter hier über hessen frankfurt ja versinkt hier im wasser muss man sagen also es regnet hier wie verrückt bin gerade aus dem fitnessstudio gekommen und pitch nass geworden und ja es droht auch weiteres ungemacht hier für die amc muss man sagen auch ein unwetter zieht wieder auf und zwar eine neue sammelklage belastet ja die amc aktien beziehungsweise das unternehmen und zwar hat ein aktionär dagegen geklagt dass er sich als aktionär benachteiligt fühlt weil er keine ausgleichstalung bekommt sowie die amc aktionäre also für 7,5 aktien eine neue aktie bekommt und da hat er gesagt er fühlt sich da benachteiligt und hat hier eine klage eingereicht vor gericht da haben sich einige angeschlossen das ist eine sammelklage mittlerweile geworden und ja dass dadurch entsteht eine unsicherheit dadurch hat die amc gestern zugelegt heute auch wieder etwas zugelegt die ab tritt etwas auf der stelle weil man natürlich davon ausgeht dass durch diese sammelklage eventuell ist wieder zu einer verzögerung kommen könnte das vergleichs und des reverse split ist ja also ich denke mal kann sein muss nicht sein es kann sein dass das gericht jetzt die klage abschmettert und sagt dann ja wird nicht stattgegeben aber wenn das gericht dann auf einmal sagt sie will es prüfen dann könnte das natürlich hier noch mal schub für die emc bedeuten und ja ich bin ja so dass ich denke bis zum 25 24 25 müsste was passieren und wenn es sich noch weiter raus zieht bis zum jahr noch quasi diese gesamte situation mit dem reverse split denke ich mir kommt dass sie der schwarzquiz fantasie eher zugute erst mal aber werden sehen einfach was passiert wie es da weitergeht ob diese sammelklage hier angenommen wird vor gericht auf jeden fall hier ist die sammelklage in kurzfassung was ich gerade gesagt habe dies hier keine ahnung wie seiten 37 seiten lang aber das was gerade gesagt habe ist die kurzfassung reuters hat auch darüber berichtet über diese sammelklage und was für auswirkungen das auf die emc haben könnte wenn sie denn jetzt durchgeht da könnte sich alles wieder weiterhin verzögern und ja wir werden sehen was da passiert das ist auf jeden fall die wichtigste meldung heute die sammelklage wurde gestern eingereicht und die emc hat mit einem kleinen plus heute darauf reagiert gestern hat man glaube ich auch ein plus von vier oder fünf prozent heute ein plus plus von 2,035 prozent die ab ja so ein bisschen auf der stelle tretend plus minus null bei zwei dollar elf wie gesagt hat mit der sammelklage zu tun und ich werde hier auch immer wieder gefragt ja warum sollte man jetzt nicht die app ja die app kaufen eigentlich die emc verkaufen und die app kaufen weil dann profitiert man ja davon weil man natürlich mehr dann mehr bekommt als emc und man würde ja dann eigentlich quasi ja sich was positives damit zu tun ich persönlich werde es nicht machen ich behalte meine emc und werde nicht umwandeln in app weil ich ja nicht weiß was alles noch passieren kann ihr seht jetzt dass mir sammelklage ist jetzt passiert es kann ja innerhalb von den nächsten zehn tagen viel passieren so dass sich das risiko da nicht eingehen möchte hier einfach die emc zu verkaufen und in die app umzuwandeln außerdem möchte ich auch die emc nicht den hedgefonds den short sellern ja einfach so überlassen weil die wünsche dich freuen wenn man hier was verkauft wenn ich eben kaufe dann mit frischem geld aber nicht als tauschen mit emc wird es macht müsst ihr selber wissen also ich mache es auf jeden fall so weil mir einfach das einmal das risiko zu groß ist das vielleicht doch noch irgendwas passiert die emc vielleicht doch nach unten noch nach oben schießt und ich dann nicht mit dabei bin weil ich nur app und dann natürlich auch die situation dass ich da die hedgefonds die short seller nicht unterstützen möchte also mein statement dazu aber wie gesagt ihr müsst ihr wissen was ihr macht und wo ihr jetzt ob ihr das jetzt umtauschen wollt oder nicht natürlich keine handlungsempfehlung von mir einfach nur meine eigene meinung was ich mache was ihr macht müsst ihr natürlich selber wissen eruieren und überleben natürlich jeder spekuliert ja eher auf was anderes und dementsprechend reagiert natürlich auch unterschiedlich gut wir schauen uns gerade mal die ortex zahlen noch mal an und stellen hier fest dass hier der der quasi die geliehenen aktien auf über 40 prozent gestiegen sind ja also 40 prozent des free floats sind geliehen das ist ein all time high das sind 208 millionen aktien bei der utilization von 83 das heißt hier gibt es noch mehr die geliehen werden können eigentlich total unlogisch dass 40 prozent des free floats geliehen sind weil ja die apes ja angeblich so um die 80 90 prozent halten und die institutionellen sind ja auch noch mal bei knapp 30 prozent schon diese zahl stimmt nicht also 30 prozent plus die 80 prozent sind auch schon über 100 prozent das stimmt schon mal nicht ja und wenn davon hier noch dann 40 prozent geliehen sind dann hätten ja die apes ihre aktien leihen sollen oder ziemlich viele apes hätten aktien geliehen was ich mir auch nicht unbedingt vorstellen kann also das stimmt hier so nicht und ihr müsst euch mal vorstellen diesen freiwillig gemeldet zahlen das heißt die zahl ist noch niedrig das heißt es noch mehr prozent vom free float geliehen und da passt was vorne und hinten nicht das geht nur mit synthetischen aktien die mit sicherheit auf dem markt sind wie viele und ob das bewiesen werden kann ist eine andere frage aber das sind im prinzip auch wieder indizien darauf genauso wie die fehlst du deliver wir haben ein short interest von 28,2 und das ist jetzt die amc und sehen hier auch hohe cost to borrow für die amc und zwar 1000 prozent die maximalen 972 die durchschnittlichen ein wahnsinn und wir haben ein short interest von 28,7 oder 27 und das heißt 145 millionen aktien sind short also die cost to borrow tun den hedgefonds den short sellern schon weh muss ich sagen wobei man dazu sagen muss natürlich dass es aufs ganze jahr gerechnet und das wenn man sich das wieder zurück rechnet ist es natürlich nicht ganz so dramatisch wie sie jetzt erstmal hier aussieht aber es ist natürlich schon sehr sehr viel und ja dürfte die hedgefonds schon etwas treffen beziehungsweise die short seller schon etwas treffen so viele leihgebühren hier zu zahlen und die leihen aber trotzdem weiter weil den hier nichts anderes übrig bleibt als den kurs weiterhin zu drücken weiterhin zu shorten damit man hier ja unsicher wird und damit sie quasi dann im besten fall für sich günstig covern können weil die apes verkaufen vielleicht auch dass die apes ihre amc verkaufen um die in die apes zu tauschen in die ape aktie zu tauschen das kommt den short sell natürlich auch zugute muss man sagen habe ich ja gerade mein statement dazu gesagt aber jeder muss ich selber wissen was er tut dann haben wir die apes und zwar sind ja 87 millionen aktien geliehen bei neutralisation von 100 das heißt hier gibt es keine mehr zu leihen laut ort ex 9,72 prozent des free floats sind geliehen und short sind 8,18 prozent wir schauen noch mal auf cost borrow sind natürlich hier sehr niedrig bei der apes und ja ein short interest von 8,19 prozent gut das waren jetzt so die infos von heute wie gesagt die wichtigste info war die sammelklage da dürfen wir gespannt sein wie es da weitergeht was da jetzt noch passiert in diese richtung ich bin weiter dabei für euch und ja berichte täglich über die amc und werde jetzt auch wieder weiter über andere aktien berichten ich war ja die letzten wochen im urlaub bin ja jetzt eigentlich wieder erst seit zwei tagen wieder hier ja und heute wieder ganz nass geworden vom regen und habe mich natürlich geärgert haben mir gedacht wahnsinn jetzt hier jetzt bist du wieder hier und jetzt regnet schon wieder wie verrückt aber gut ist halt so hier in frankfurt regnet doch öfters mal beziehungsweise ist immer grauer himmel und heute hat es mal richtig geregnet heute abend und ich hoffe dass das jetzt nicht die ganze woche so weitergeht oder den ganzen august so weitergeht wir haben ja noch sommer die temperaturen sind ja recht heiß aber naja ziemlich schwül weiß nicht wie es bei euch ist aber zumindest ist hier frankfurt hessen ist es auf jeden fall so gut das war ein kurzes statement zum wetter könnt ihr euch auch so ein wetterkanal aufmachen wir auch eine idee vielleicht ja mal schauen irgendein anderer kanal könnte ich auch noch mal aufmachen mal schauen was ich hier noch machen war natürlich nur ein gag ich mache natürlich kein wetterkanal auf obwohl wenn ihr wollt mache ich auch wetterkanal auf ok gut ja würde mich freuen wenn ihr den kanal abonnieren würdet und die glocke hinterher läutet damit er nicht so passt von amc von anderen aktien und auch crypto währung ansonsten lasst euch gut gehen und wir hören uns wieder tschüss das ist ja Untertitelung des ZDF, 2020